willkommen zu einer weiteren folge und wir machen beim walnutswald geist haus weiter wobei letztes mal war ich ganz kurz kurz vor hier gewesen aber bin dann auch noch gestorben noch mal hoffentlich klappt es auch so der grau piece wird schweig kaputt ich glaube die mitnehmen ich stand ja hier ach ja genau die silberne man tatsächlich gehen wagen ranken schwach und blau glaube ich das ging genau er ist ein bisschen gefährlich hier mit der mit der stelle da ehrlich weil das gruppen sind spät ich komme mit diesen komischen dinger nicht klar so genau damit musste ich ja genau 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 dann muss jetzt den anderen genau das meine ich mir auch so ein bisschen ein bisschen wenn das passiert wieder nicht immer drauf springen wie er soll genau hier war mal letztens genau das ich bin von smx gewohnt das schultertaste zu drücken und vergesst aber immer das ist ein scrolling beinträchtig im bildschirm das passiert dann locker wenn man wechselt zwischen ähm smbx und ja das ist ja jetzt ist ja quasi smb heck und da ist ganze steuerung ein bisschen nach als wie es jetzt nix der fall ist blut gestorben aber alles was ihr bisher gesehen habt ist das klappt nicht immer also von der zeit her aber in der woche haben müssen blut gestorben aktivieren ja noch ein bisschen serien schauen serien schauen das normales nimmt ein bisschen normales eigentlich anfängt sich das gaming ist ja eher noch ab und zu abgesehen von ja das ist was ich meine das ist ein bisschen gefährlich da das ist ja momentan serien schauen halt ja zocken streaming halt das ist so um was zocken ja privat spiele ich momentan äh GTA 5 mal schauen vielleicht später noch mal probieren und seit letzten sonntag auch quasi online ein paar runden ja 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 äh ja 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 Genau, bei dem Block kamen die Letzten, die wir bekommen und ich, oh, ich wäre so kurz vorm Exit gewesen, ich wäre so kurz vorm Exit gewesen. Ah, okay. Schade, aber naja. Schade, nochmal in den Beinungsfeldern. Ach ja, genau, hier war er. Ich bleib mit denen. Ich dachte, es ist da gespeichert, bleib mit denen. Ach so, ja. Ah. Ach, ich war jedes Mal. Ich war jedes Mal. Oben, auf diese Schultertaste. Da wäre sie, ja, da wäre sie gewesen. Aber es ist ohne diese Blöcke machbar. Blöcke machbar. Scholen. Doch bestimmt irgendwo einen, ähm. Verlust übersehen. Hat doch irgendwo Schalterverlust übersehen. Was war jetzt, glaube ich, gewesen? Was war jetzt, glaube ich, gewesen? Lass mal da anfangen. Und direkt am Checkpoint. Man fängt direkt am Checkpoint an. Oh, wie fär ist das denn? Wer ist das denn? Nein. Oh. Nein. ganz unscheinbar da am Randpunkt Och, jetzt habe ich das vollkommen vergessen Mann Ich habe mich das da vollkommen vergessen Hast du schon mehr Laster vergessen Ich sehe die auch ein bisschen später oben runterfallen Ich sehe die auch ein bisschen später oben runterfallen Ja gar nicht drauf auf dem oberen Bildschirm Ja, aber ich glaube, die Fails sind ein bisschen Eigentlich sind es Oh ja Es ist Teil des Entertainment Es ist eigentlich Teil des Entertainment Ich habe irgendwie schon einen schlechten Tag heute Oh, ich weiß, es ist weitergeben over Ich weiß es weitergeben over eigentlich Was mache ich denn? Ich stelle mich schon wieder an wie der letzte Ich stelle mich wieder an wie die letzte Kartoffel Oh Mann, dieser Bums ist doch so einfach Dieser Bums ist so einfach Egal, hier wird nichts rausgeschneckt Hier wird nichts rausgeschneckt Okay Hier wird wirklich rausgeschneckt Ähm, die Fails sind Alles uncut Hier wird nichts nachgelassen Nächste Egg heulen Kann das jetzt bitte mal gelingen Oh, Fasso mirar Fasso Oh, Fasso Ah, Susan Nein, 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 nein. Weitere E-Coin? Woher kommt man? Ja gut, da man blindschamper, das ist... Bloß aufpassen, dass ich... 2 E-Coin brauchen man nur. Nein, nein, nein. Ja gut, ich weiß nicht. Ja gut, ich weiß nicht. Oh, danke. Aber das ist sehr fair, dass der Checkpoint da mitgehört hat. Oh, ich freue mich schon wieder und dann passiert mir so eine Schweizer. Oh, was ist das denn? Ich kann nicht zu f***en freuen. Ich kann nicht zu f***en freuen. Ich kann nicht zu f***en freuen. Okay, perfekt. Wir haben den Exit. Okay. Notcut. Dann will ich mal ihm hier noch eine Feuerblume holen. Dann mal gucken, ob wir den nix haben. Ich kann nicht zu f***en. 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 Das muss zuvor noch irgendwo ein Zwitsch. Ich kann nicht zu f***en. 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 über Fall verloren. Oh, was für eine geile Idee. Was für eine geile Idee. Also, um an diese A-Coin reinzukommen. Scheint es noch so pro? Ich versuche die Sache. Einmal die Jahreszeit. Das heißt, die nächste Werk waren wir eigentlich nicht. Sondern. E-Coin-Sammeleis hatte ich ja mitbekannt. Für die Retro-Achiefments, die ja momentan... ... sind. Aber eventuell mache ich dann noch einen zweiten Run irgendwann. ... 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